Das Kunstgrüßmuseum war Startpunkt der Stadtteilbefahrung Lochmer Ost am 29. August 2024. Bürgermeister Mirko Buhr informierte die Teilnehmer zunächst über die geplanten Vorhaben an diesem Standort. Im Rahmen des Strukturförderprojektes Transformation 1535 Grad wird das Kunstgrüßmuseum durch einen Rundbaum mit Innenhof erweitert, der den vorhandenen Baumbestand integrieren soll. Näheres dazu erfährt man bei einer Infoveranstaltung rund um das Projekt, die im Oktober 2024 im Kulturhaus stattfinden soll. Eine weitere Station war das Gelände des Sportforums. Am Skateplatz steht der Bau des durch eine Bürgerinitiative geplanten und durch viele Spenden finanzierten Spielplatzes kurz bevor. Im Rahmen der städtischen Kinder- und Jugendbeteiligung durften diese an der Gestaltung des Platzes mitwirken. Zwischen dem Spielleuterheim und der Kegelhalle wird ein Zwischenbau mit Sanitärtrakt und Umkleidekabinen für beide Vereine entstehen. Die Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr und sollen im nächsten abgeschlossen sein, berichtete der Bürgermeister. Nach einem kurzen Halt an der Gebläse-Maschine, die durch ehrenamtliches Engagement eine neue Einfriedung erhielt, ging es weiter zum MVZ Alte Polyklinik. Das Konzept dieses medizinischen Versorgungszentrums ist einzigartig und stößt auf großes Interesse bei Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen auch über die Landesgrenzen hinaus. Die Besonderheit, so MVZ-Betreiber Dr. Tobias Krogl, ist die Kombination von internistischen und hausärztlichen Leistungen. Dazu kommen die Möglichkeiten einer erweiterten Akut- und Notfalldiagnostik, die so bislang nicht üblich war. Das dreiköpfige Ärzteteam wird in Kürze erweitert. Im Oktober eröffnet auch eine hauseigene Apotheke. Gegenwärtig entstehen am MVZ durch die Betreiber privat finanzierte Parkplätze.